Musik Beim diesjährigen Schlossgrabenfest durfte die alljährliche Kinderzeit auf dem Karolinenplatz nicht fehlen. Der Liederkomponist Oliver Mager sorgte mit dem Zeitungsmonster Kruschel für den musikalischen Höhepunkt. Wir mussten uns entscheiden zwischen dem Gospel-Gottesdienst und dem Konzert und wir haben heute das Konzert besucht vom Oliver Mager und das war einfach der Hit. Das war die richtige Entscheidung. Beide Kids, auch der Kleine ist richtig mitgegangen. Musik Ja, ist ein voller Erfolg und wird eine schöne Erinnerung bleiben. Wir haben ihn heute zum ersten Mal gesehen und haben uns spontan entschieden, weil wir am Donnerstag den Artikel im Echo gelesen haben und fanden es sehr toll und sind sehr begeistert. Und ein saure Elefant, der singt und spielt Klavier, die Hand nach vorne. A, B, A, B, C, D, B. Also wir haben heute nochmal einen Familienausflug und der Kleine macht jetzt, der ist erst drei und der macht keinen Mittagsschlaf mehr. Und dann haben wir von Freunden gehört, dass das heute hier ist und haben deshalb gedacht, wir schauen uns das mal an. Der Künstler selbst spielt heute das erste Mal auf dem Schlossgrabenfest und ist von der Atmosphäre begeistert. Wie sein ist heute mein erster Tag? Also überhaupt das erste Mal, dass ich hier singen darf und dann gleich mit Kuschel bei einer kleinen Party. Also mit Kuschel, die Partnerschaft besteht schon seit fünf Jahren. Kuschel ruft an, sagt, hey Oliver, komm, ich habe ein Kinderfest, da komme ich zum Trinken. Und was ganz neu ist, dass wir jetzt seit circa einem Jahr hier in Darmstadt sind. Wir waren letztes Jahr das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt, das war schon super. Aber heute hier, ich meine, bei der Atmosphäre, es war halt monstermäßig. Musik Musik